Hallo Leute, ich bin Tetserfreak. Schön, dass du da eingeschätzt habt. So, eigentlich wollte ich noch in der letzten Folge den Platt machen, aber da ging mir die Folge zu lange. Und so machen wir das jetzt. Komm her. Komm, äh, gib mir ein bisschen. Komm, äh, gib mir ein bisschen. Komm, äh, gib mir ein bisschen. Oh. Oh! Oh! She's in control! PN6-V-1 on the power repentance. Black credentials. password. Super effective! Attention! Can he do all my work? Perfect. ówa I can do. Be wives! Here you go! I can do all my work and traction! Going for is to do! Woah! Good luck! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Mann, alter, der Gegner steckt einfach nur ein Okay, ein Sniffkosser Wo haben wir denn Allheilmittel? Na toll Allheilmittel für nichts und wir nichts Blöder Wichser Willst du mich veräppeln, alter? Alter, was ist denn jetzt für ein Scheiß hier los? Über-Tornado-Fick, was auch immer das ist Was ist das? Für ein Victor, ne? Oh, jetzt muss ich aber auch tot sein, man. Ready to die? Whatever comes next, this is just the first step! To kill you! Holy Gragots! Verkast! Resound! Arrive! Become the plane of destruction! Was von? Ja! No mercy! Wounds I won't hear! Halt! Halt! Freak my head! Verkast! The Light of Virtue! The Dark of Vites! Join in Chaos! Chaos! Killing Blast! Behold the arts of my ancestors! Killing the stars! Aaron! Now! Rise! Arrive! Ascending! Angel! Did you see my complete and utter victory? Did you? So what? They were trying to make an enormous bovine Moloch? Was that the best the Abbey could think up? As if robbing our free will wasn't enough. Now they're trying to reshape Molochim. I'm so sorry, Aizen. What they did here was terrible. I don't really care about the callous experimentation. If the Molochim participated by their own free will, and sure, that's their choice. But this one had its free will locked away, and was used and discarded like a mere tool. That's what I can never forgive. And the Abbey is treating countless Molochim the same way. Sounds like this has gotten you all fired up. Maybe I'm glad we came here. Oh, believe me. I've been fired up for a good long time. Ever since I decided how I want to live my life. Oh, man. First of all, because the opponent was totally, I don't know, creepy. Then this weird BAM-Angriff that actually almost everything killed. Or beat. Of course, we did. As always. How much I thought it was so strong. I thought it was such a strong defense. Oh man, ich wollte ihn jetzt nicht achten, komm her Ja, ich kann das auch keinen Kampf nennen Ja, was ich nehme So, kannst du da weitergehen? Äh, nicht da lang Hier heran wollen sie Oh cool Hören wir uns das mal an Hier, hier gab es sogar ein Alarmstuffel Rot-Dämonisch Kein Plan hatte wie ich den eigentlich besiegen könnte Weil ich den einfachen sein Nichts abgezogen habe Und ich habe aber auch keinen Plan wie ich ihn töten muss Oh, 800 8000 Geld Nö, sieht nicht aus, als wäre er noch mehr Ja, mach mal deine Geräusche woanders So, da ist noch was Tschö Ja, bevor ich da in die Stadt reingehe, mach ich hier unten noch alles Suchen eigentlich hier draußen, ne Ja Na ja, Schweinchen Die Menschen wieder auf den Keks Achck, man WDR Ach Mann Ja, genau Mensch Dann Ju WDR Das WDR Wir Nicht Das war's für heute. Die anderen Kisten dürften über mir sein Genau, da wo dieser Alarmstoffe raut Der Helmut ist Den ich Nicht platt machen kann Wie gesagt, wo ich auch keine Ahnung habe, wie ich den platt machen soll Das muss eigentlich irgendeinen Weg geben Das muss eigentlich irgendeinen Weg geben Das ist ridikulös Ist das Mershiel? 3 Tage auf der Seite, mit kein Schlauch? Ich war 10 frikin minuten leid Es ist nicht so, dass die Minder ausfallen wird Hey, uh Ja, sicher, was auch immer Wenn du hier hast, geh in Ja, wir machen das 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 Das ist es Nichts in der Gesichter meiner Probleme und Schmerzen. Entstanden. Ein Leben ohne Gefühle ist eine Box von Stupid. Ja, ein großer Container von... von Stupid. Genau. Die Frage ist, ob wir alle vier Elemental Empyreons mit den Säulen, die Velvet hat Absorben? Wenn die Reinigung und die Empyrein-Schläge sind, müssen wir alle vier Empyreons verhindern. Ich denke, ich kann nur zwei. Es gibt nur zwei Säulen in mir, Theresa und Oskar. Du bist sicher? Ja, ich kann sagen. Ich weiß nicht, ob zwei Empyreons sind genug, um ihn zu kämpfen. Das ist meine Verantwortung. Ich wünsche meine eigene Säulen... Wenn wir nicht genug haben, wir knacken auf der Tür von Shigure. Seine Säulen würde ein guter Schmerzen. Der Herr Melkier, oder zwei. Seine Säulen ist so cold wie eine Witche's Teat, aber er ist frei von Malevolenz. Sie sind wirklich bereit, um zwei Legates zu nehmen? Ich bin bereit bereit. Es ist nicht so, dass sie zurückgehen und uns ignorieren können. Und mit Artorias und Inomienat alle mit ihren Suppressionspartei... Das ist die perfekte Chance, um sie rauszunehmen. Äh... Aktieren mit Caution ist... ... eine Box von Stupid, ich denke? Ha, 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 ha! Jetzt sind wir auf. All right, lass es mir. Ach, geil. So, ich bin alle stolz, um die Gäste zu wachsen, aber was ist der Plan? Der Weg zu dem Volcano ist auf der anderen Seite der Stadt. Ich beginne mit einem kurzen Blick auf. Okay, na gut. Hallo, was willst du von mir? Der Gäste. Der Gäste. Er war nicht gemein mit dir, war er? Er war ziemlich wütend, um sich zu sehen, die Gäste. Aber er hat uns überprüfen, ohne Probleme. Ich weiß, dass sich zu sehen, drei Tage lang ist, aber trotzdem. Er wandert hier aus einer anderen Stadt ein Tag. Er hat gar nicht mehr Arbeit gemacht, und hat ein Habit zu spüren. Er hat seine Fähigkeiten in den Flamestone Mines. Und während wir arbeiten waren, er war in unsere Flamestone zu spüren. Also, das ist der Grund, warum du ihn auf der Nähe von der Stadt bist. Ja. Wir bringen ihm Essen, natürlich. Wir haben ihn gesagt, dass wenn er es nicht mag, er kann weg. Er ist eigentlich etwas passiert da draußen? Er ist sehr stolz, um uns zu spüren. Aber er ist ein realer Fähigkeiten. Wenn ein Dämen kam, er würde die Gäste und gehen. Er hat nicht mehr woanders zu gehen, also wir hoffen, dass er in der Zeit erinnern kann, dass er die Fehler von seinen Weg ist. Wenn du ihn immer wieder auf dem Flamestone befestigst, er könnte einen anderen Ort finden. Der Nachmittag. um was a peaceful serien place you sure it isn't just the snow but doesn't it look pure and beautiful well I think it's pretty too that doesn't guarantee the citizens will be not you too high-zun they're kind enough to let a shirkers Oh, was ist das? Los, gütze mich, wenn ich das was schauen will. Ach, leck mich doch, ey. So, vielleicht will ich die auch vor unten reden. So, ich weiß. So, ich bin so glücklich. Ich will mich nicht ein Dämonen töten. Definitiv nicht. In Wahrheit, wenn du einen treffen kannst, sollte man schnell gehen. Ich bin so glücklich. Ich bin so glücklich. Ich bin so glücklich. Das ist unsere Haus. Die Wärme in unseren Hörnchen kann die Schillen wegnehmen. Diese Stadt ist wirklich warm, dann. In body and soul. Oh, ich liebe das, wie du sprachst. Ich bin so glücklich. Ich bin so glücklich. Das Wasser ist heiß. Also, schau ein bisschen Schnee in, um die Temperatur zu reduzieren. Schnee in der Tübe. Entstanden? Hm. Cool. Ne, blöder Tasche. So, hast du was noch so nicht? Ach, das war auch so eine Aufgabe. Ja, lol. Genau. Das ist dieser blöde Gegner. Der ist auf dem Mount Klee. Aber den, den Gegner mach ich nicht. Ich hab keine Ahnung, ob ich dem siegen soll. Wow. Aber bin ich wirklich in diese zwei Dinge hergegangen. So, was gehst du denn bei dir zu kaufen? Erstmal ein bisschen Elixier. Oh, mach mal das sauber. Hm, da will ich aber noch nicht lang. Oh, ich muss da lang. Egal. Na gut. Geh mal rein. Egal. Geh mal rein. Geh mal rein. Was passiert mit dem Gatewatchen? Er ist der, der sich in einen Dämon hat. Mommy. 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 Jetzt ist der Chance. Geh mal rein. Entschuldigung, aber du wird mir helfen. Geh mal rein. Ach, komm mal rein. Die Lappen. Mann, ist der Lappen wirklich. Geh mal rein. Wie können wir dich immer wiederholen? Ich habe eine Botschaft für die Abbey. Auf der nächsten Skarlet-Night. Ich werde ein Verbrechen für Mount Killer-Haus. Und die Nomi-Not von seinem Kraft. Ich will sie versuchen, mich zu retten! Ich bin die Korruption-Ferschmest. Ich bin die Korruption gemacht von Flasch. Velvet! Der Herr von Kalamität. Es ist es! Die Stadt ist es uns! Flüge nach dem Süd, Menschen, während deine Teile dutzen die Snowden! Der Demon Lord of Kyiv! Bevor unsere dunkle Frau schütze die Marrow aus deinen ganzen Böden! Sie lieben uns alle! Run for it! Das war super. Wir sollten das immer mehr zu machen. Es war gut. Außer... Was ist das? Es gibt keine Sucke von Marrow. Meine Freundin hat mir eine richtige Beziehung. Oh, was eine Waste! Marrow ist die größte Sache! Es ist ein bisschen. At least jetzt die Mitglieder der Merchio werden nicht in der Kampf. Sie sind schon. Wir haben nur die Hände und die Gelegenheit entfernt. Das war nicht für sie. Das war die Legate hier. Das ist alles. Auch so. Ich danke dir für das, was du getan hast, Oh, Fearsome Lord of Calamity. Ich versuche, dass ich das nicht hörte, Oh, Exalted Praetor des Abbey. Eine ganze Menge von Menschen fließt nach links. Was ist passiert? Benwick! Warum bist du hier? Ich hatte eine Beziehung für die erste Beziehung. Kurogane und Kamuana waren auch hier. Du bringst Kamuana? Sie absoluten auf mich zu folgen. Sie hat eine Beziehung für mich. Sie hat eine Beziehung, dass du sie sterben, Elinor. Kamuana. Wie lange haben wir, bis Shigure und die anderen hier kommen? Hmm. Given die Distanz, meine Beziehung ist, dass sie nicht die Schmerzen bis zum Schmerzen. Dann denke ich, dass ich das Zeit benutze. Kurogane wollte mich für etwas, ich nehme es? Ja. Das hat er gesagt. Okay, dann. Alles gut. Alles gut. Gute Idee. Wir haben eine Beziehung, die wir vorbereiten. Das ist vielleicht der letzte Beziehung, die wir bekommen. Wie immer, besser sicher, dass du keine Erinnerungen hast. Huh. Fii. Alles kann passieren. Nicht verlassen die Stadt. Kann ich... Kann ich bleiben mit dir, Velvet? Ich bin nicht interessiert, aber... bist du sicher? Ja. Mach das, was du möchtest. Oh. So. Äh. Habt Angst. Noch ein Grotzkreuz. So. Hier kann ich nur runterrutschen. Hier kann ich nicht raus. Hier kann ich hoch. Ich glaube, hier ist noch eine Katzenkiste. Was ist das? Und wieder? So. Was ist das? Was ist das? Er macht sich selbst in eine Blade. Er macht sich selbst in eine Sord? Er kann das tun? Ist das möglich? Wer weiß. Either way, ist das, was er zu tun hat. Wir hatten eine letzte Zunge zusammen. Du gehst so weit, um Shigure und Stormhowl zu töten. Ich würde. Ich werde einen Freund in eine Sord um zu töten, um zu töten meinen eigenen Bruder zu töten. Ich bin ein Kerl. Ich bin in kein Position zu beurteilen. Ich denke, du bist. Whatever du kannst, du bist. Du bist Mensch. Du liebst, weil du liebst. Und du fühlst so viel Schmerz, wie du Angst hast. Das ist Mensch. Kurogane ist mit mir. Du hast es gesagt. Was unser Blacksmith-Friend fühlt sich gegen Stormhowl ist, ist mehr als Resentiment. Es ist Admiration, auch. Das ist das, was er wollte. Er wollte alles, was er hatte, in einem finalen Clash. Schigure ist das gleiche. Er hat diese sehr menschliche Kraft, um zu nehmen, mit dem Schmerz zu nehmen. Und einfach zu gehen. Eine Kraft, die ich, als Dämon, kann niemals matchen. Das ist das, was ich bin. Das ist das, was ich bin. Das ist das, was ich bin. Ich mag diesen Teil von dir, Rokoro. Ich auch. Danke. Hm. Cool. Ähm. Wo muss ich jetzt? Erstmal nach unten. Das steht fest. Komm mal her, Eisen. Komm mal her, Eisen. Nein. Nein. Diese Zeit, sie hat eine zu ihm. Mann, sie niemals schreibt. Ich hoffe, dass dies kein Schmerz ist. Schau mal. Eisen. Das ist großartig. Ich habe sie über all of you in meiner letzten Letters erzählt. Sieht, dass sie amusiert hat. Sieht, dass sie sich für mich entspricht. Und sie würde gerne treffen. Schwierig. Sieht, dass sie mit dem Reeper leben. Sieht, dass sie nicht die halte. Eine Frau, die wunderschön genug will, mit dem Reeper leben. Es ist egal, wie die Kosten. Ich würde gerne treffen, sie auch. Ich werde dich bemerken. Zitzen, meine Frau und ich werde dich töten. Genau? Sieh. 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 Ich weiß, dass sie sicheres sein. Sieh. Es ist auch bemerkt. Nein, ich bin nur persona. Sieh. Das ist immer was個人. Wir sind alle aber noch mit unswoordendoen. Ich mag feide deinen Dezigen. Ja. Ich hole meine Porschein. chlin. Ich. Was bin ich und alle. Und allen. Und sogar sie. Ja, dann würde ich das mal sagen Hören wir hier auf Und Machen nächstes mal weiter In der nächsten Folge von Tales of Biseria Ja, ja, ich kann nicht vermitteln Ah, man, ich hab da gar nicht drauf gedacht Na gut Ich werde nächstes mal weitermachen Bye, bye Bis zum nächsten Mal